Ich habe ein paar Schuss, ein paar Schuss, Applaus für den Dolph-Obi. Ich sage einfach schnell, ich habe den Dolph-Obi seit dem zweiten Grafdrein Dolph. Im zweiten Grafdrein sind wir zusammen, wir sind stark auf dem Ziel gestanden, dass wir den Hoppa-Präsidenten haben. Und den Dolph-Obi habe ich schon seit 2000 Jahren noch. Ich habe ein Problem, dass wir uns auf einem Soprari-Kohen haben, dass wir uns auf dem Ziel gestanden haben, dass wir uns auf dem Ziel gestanden haben.